Hey, frischer Wolf! Schau mal! Hä? Was ist denn hier gewachsen? Ich hatte einfach mal Bock, etwas auszuprobieren. Es ist ja nicht so wild. Aber da oben habe ich einfach mal ein bisschen gecheatet. Aber naja, es ist nur zum Ausprobieren. Ich werde natürlich keine Leuchtfolge hier hochbauen. Aber so etwas könnte ich mir vorstellen. Einfach nicht aus Bäumen zu machen, sondern aus Schast vorfallen Knochen. Aber natürlich ein viel schöner. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht und mache das auch wieder weg jetzt. Genug mit dem Gecheater. So. Ja, das war ein kleines Video, einfach zu zeigen, dass ich ein bisschen noch Spass habe mit ein paar Sachen. Ja, leider geht es nicht höher. Es ist halt dort Schluss. Hm. Das ist das Problem. Aber ja, kann man nicht viel machen. Ist nun mal so. Ich hatte auf jeden Fall meine helle Freude. Und jetzt muss ich den noch ein bisschen baumlaut wieder wegmachen. Na gut. Die anderen Bäume können bleiben. So ist er hässlich hier oben. Meh. Schaut euch mal die Blätter an. Das ist ja Potten hässlich. Nun gut. Jetzt fehlt es also auch. Naja. Kann man nichts machen. So. Dankeschön fürs Zuschauen. Ist einfach ein kleines Fun-Video. Wir sollen öfters ein bisschen kleinere Videos bringen. Aber nicht so viel Zeit und Bock. Hm. Also bevor es noch sehr lange geht, ist das Video, sag ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Traukobos. Bye. 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 Bis zum nächsten Mal.